Musik Ich bin Nadine Benz, Schornsteinfegermeisterin und Gebäudeenergieberaterin. Musik Mein Firmensitz ist in Fellbad. Seit 2016 bin ich Chefin. Ich beschäftige einen Gesellen und bilde auch aus. Es war nie meine Idee, als Glücksbringerin zu wirken. Doch nach einem Schulpraktikum war meine Wahl getroffen. Ich werde Schornsteinfegerin. Während meiner Ausbildung habe ich meinen Lehrmeister mit meiner Art, die Aufgaben zu lösen, stark überrascht. Ganz besonders bei körperlich anstrengenden Arbeiten. Innerhalb der Gesellenprüfung wurde ich sofort motiviert, die Meisterschule zu besuchen und den Meistertitel zu erwerben. Was ich auch sofort tat. Ich trage voller Stolz den traditionellen Careanzug, eben Old Fashion. Mein Wirken dient der Betriebs- und Brandsicherheit vom Keller bis zum Dach sowie den gelebten Umweltschutz. Bedingt durch baurechtliche und umwelttechnische Vorgaben stehen turnusmäßig die Überprüfung von sämtlichen Feuerstätten und Feuerungsanlagen im Gebäude an. Die Feuerungsanlagen sollen klimafreundlich und energiesparend sein, da haben Aufklärung sowie Beratung einen großen Stellenwert. Ich messe und reinige nicht nur Feuerungsanlagen, sondern bin auch Gebäudeenergieberaterin. Meine Gründlichkeit und meine Fachkompetenz schätzen meine Kunden sehr. Wer viel weiß, wird auch viel gefragt. Ich bilde mich regelmäßig fort, denn der Markt der alternativen und regenerativen Energieversorgung unterliegt einem starken Wandel. Mich spornt es immer an, ungewöhnliche Wege zu finden und zu gehen. Es gibt nichts Schöneres, als wenn der Beruf die Berufung ist und zum Glück gibt es den Schornsteinfeger. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.